Ich bin Patricia, arbeite hier bei der Firma Temel Maschinenbau. Wir machen hier Vorrichtungen und Sonderteillösungen. Ich bin in der Arbeitsvorbereitung und in der Produktion tätig. Und das ist mein Kollege. Ich bin der Wienhain. Ich bin auch für die Fertigung zuständig und arbeite ca. zwei Jahre bei der Firma Temel. Gressel ist unser Spanntechnik Partner aus der langjährigen Erfahrung schon davor mit der Materie zusammen und uns für die Automation entschieden haben, mit dem Gressel zusammen zu arbeiten, weil es von Anfang an einfach super funktioniert hat. Man konnte miteinander reden, miteinander zielen, was man sich vorstellt und so haben wir uns das miteinander aufgebaut. Wir haben Palettenautomation im Einsatz, um die Mitarbeiter zu entlasten, um Flexibilität zu schaffen, um einfach, dass wir auch variieren können, was kommt jetzt rauf, dass wir schnell das lösen können und nicht da ständig umeinander tun müssen. Wir arbeiten mit der Firma Gressel ca. 10 Jahre zusammen. Die langjährige Partnerschaft ist uns wichtig, damit wir uns immer weiterentwickeln und immer der gleiche Schritt sind, blöd gesagt, und nicht stehen bleiben. Step by step zusammenarbeiten können. Nullpunkt Spannte sind wir ganz flexibel, oder? Von kleinen Schrubstock bis großen Schrubstock. Alles kann man in Windeseile umbauen und das ist eigentlich ein riesen Vorteil, oder? Ja, dass die Maschine eigentlich auch selbstständig läuft, oder wenn man das Robot arbeiten kann. Die Teilengrößen haben wir von klein bis circa einen grossen Teil von halben Meter, halben auf halben Meter. Die Auslastung ist eigentlich schon 100 Prozent. Man kann die Maschine ja rüsten, wenn die Maschine läuft, oder? Das ist ja ein grosser Vorteil. Ja. All unsere Lieblingsprodukte, oder? Der Prisma Spanner, das ist meine Lieblings. Der Prisma Spanner, ja. Also, ich bin eigentlich mit relativ rundum zufrieden. Egal mit was. Ja, eben auch gerade mit der Nullpunkt Spannplatte, das ist einfach, das funktioniert einfach. Ja, eben auch gerade mit dem einen respectiven Titel fest. D쟁 und Tage. Vielen Dank.